20. Mai 2017 Angst kann das Beste sein, was du hast. Es ist wie ein Feuer. Es hält dich warm. Du kannst es nehmen, um was zu kochen. Aber es kann auch in einer Sekunde alles zerstören, was ihm auf den Weg kommt. Die Frage ist nicht, ob Angst gut oder schlecht ist. Die Frage ist, kannst du diese Angst kontrollieren? Denn es ist wie das Feuer. Wenn ja, kannst du dich wärmen, kannst drauf kochen. Und wenn nicht, wird es alles zerstören, was um ihn herum ist. Zweifel, Angst können etwas sehr Gutes sein. Es macht, dass du dich ständig weiter bemühst, wenn du es schaffst, es zu kontrollieren. Wenn nicht, wird es in einer Sekunde deine ganze Welt zerstören. So wie das Feuer, was nicht unter Kontrolle ist. Eine Sekunde. So wie das Feuer immer dasское inviternisende Teeo ist. Es macht, dass es wirklich Costa Valley hat, wireless Myll und schon ein paar Wochenende Teeo. р